1 hey Leute herzlich willkommen zu einer neuen Folge die Klappe was er im Anschluss der letzten Folge aufgenommen also ist immer noch der Typ dabei der immer noch nicht erst hätte der Konferenz Hallo Philipp was für eine beschissene Anmoderation hey ich hab nix das meine Grip da 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 fängst du die ganze Schuhe Tanze da liegt auch ein Helftgöne ja ich hab auch ein Helft hast du eine Werkbank ich hab 10 Dias aber ich kann damit nicht anfangen weil ich kein Holz hab hast du ändern können das mitgehen ich will erst mal eine Diaprospension machen na ich geh jetzt mit mit dem Equip gar nichts machen TNT Boost nein pass auf wir bis uns beiden hast du TNT hinter dir geh hoch ok komm ich hab noch mal runter gehauen ich kann das krass TNT if you want to dance der Heider hat mich gejogt siegertet Boah, wo boah du bist du dann wie soll ich auch mann und los TNT apf ich finde sich bei der Sitzberater in der Tat ich bin der MLG bei der der 63 Gott ist ich sehe es ist nicht so viel wie gesagt auch eine Brüche meine Dienste ich bin für die ich kann uns aber ich habe immer noch keine Rolle das Leben im Helm oder der Holz mein Gott ist da ich habe es ich nicht so was soll ich noch mitspielen so einstet ich lebe aber das ist die Geräusche aber auch vor hier oder was 9 gut und vertreten dass er aber auch da wieder bis gleich wir sind mal jetzt zurück wir spielen die mit Powerball das heißt es ist und die Nusser immer über diese Treppe sie kann ich so lang wenn ich mal los ich bin ganz unten ach so wenn man tut es davon gibt es nichts mehr sagen weder reagieren auf seinen eigenen Namen nichts mehr sagen außer den Chat vorlesen das ist immer erlauben aber da wir gerade nicht wahrscheinlich aufnehmen als er auch schon mal sie darf ich aber wird er hat etwas zu getan hat und so was ich nicht einfach und Gold du fast es ist wenn er es ist wenn ich habe ich brauche ein Sprachchat oder ich bin hingebliegt erste Wunde äh ich hasse dich außer wenn alle tot sind außer der einen Mörder ist davon auch eben was jetzt aussieht also ich hab meine erste Mörder Runde gewonnen gell meine ich hatte neun Gold oder so geht's nochmal auf der Liga ich kipp Kompetenz gleich null was sehr gut nice oh was ein Zufall you are Mörder ja Alter ich hab meine JTT in ein paar Kumpels gespielt und da war einfach dreimal nacheinander jemand äh Traitor kennst du JTT? ja dreimal hintereinander ja das ist das ist einfach wää bei mir knackt das schon ja die ganze Zeit äh das ist so eine weg hier sechs ein halb stunden spät äh den mal nieder ah das ist geil es gibt einfach Maps da werde ich nie Mörder auf der Freizeitpark Mörder zum Beispiel äh 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 jetzt hast du es geschafft oh mein oh das war der Detective ja haha den Map brauch ich schon zweimal ja ach man ja Türke ja das wär so geil gewesen ja so wird die KD vorbei oh der fährt noch jemand das ist mein nächster Topfer überhaupt nicht unauffällig eigentlich sollte man so ganz taktisch vorgehen aber er ist für die JTT jetzt nur um das ist die ganze m ich glaube das ist nicht vorher wo es ist jetzt so ich bleibe im Feuer seit ich habe es drei Stunden die Null gesagt äh ja eigentlich schon aber wie viel Prozent hattest du zwei oder drei 3 3 guck mal Video dann weißt du es kann er jetzt mal stehen bleiben oh 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 nein nein warum schießt du ihn nicht einfach ab mit dem Schwerd weil ich jetzt nicht mehr ja ja ich nehme auch noch auf warte noch ganz kurz oh man ne ich habe ja kaufe alles alles ja ich ja hier das erworten was da hat nun Mörder geschrieben mehr bei mir auch das so schau da an der Person nicht es war der Typ der Mörder geschrieben hat bis dahin nicht ich kann richtiger und bist du mörder bin wieder da Prozent Prozent die Massenmörder U.A. glaub ich dir grad nicht Schick ein Foto auf WhatsApp geht schlecht ja weil der Traitor, ne äh wie ist das Mörderbis ich bin nicht Traitor und ich bin da nicht mehr so es hat schon geknackt Hallo Nils Hallo Nils Lass mich in Ruhe die Spakten ich schon wieder komm her Nein Ich war nichts Tu auch Ja Ja da drücken wir auf Play again ja ich war nichts ich habe sie nur verfolgt das war sehr klar ich bin da reingegangen dass wir bitte öffnet das Ding einfach der das ist doch safe und dann wo und stand nicht da Jungen Basti Ohr was ein Zufall ich glaube du bist keine Nussend sich die Bildschicht nach bis sie kennengelernt sind ja möglicherweise die nicht auch geteckt okay ja das wäre wohl nicht öffnet Oh mein Gott ich bin andere vorbeigerannt ich 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 das war so ein wer ist es also die 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 wie sehr es genau so gut wie sehr es genau ich bin noch nicht tot ja deswegen das auch reden immer noch nicht ich kann ich sag sie klar ich bin weg warte das mädchen ja das mädchen hast du gold nein nur zwei stück wo ist die ich bin bei der spiel niemand das ist aber echt sie ich hab's gesehen ich bin an ihm vorbeigerannt dann ist mir ewig hinterher gerannt dann bin ich wieder an ihm vorbeigerannt ne über die trapdoor läuft es nicht ich auch nicht hier ist noch ein gold hier ist noch ein gold ich bin wirklich nicht hier komm her ich wollte nur wissen ob du lebst ich lebe 4 gold wie viel hast du sieben das war überall wo bist du ganz unten wie viel hast du 4 ich hab 5 8 kann man das jetzt eigentlich mittlerweile droppen nehmen aber ich hab's jetzt 9 ich glaub das ist ganz unten wo das ist sie ist unten kein ein 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 wir sind später ja 3 der Marketing gelorben wenn ich nicht 5 er die reaktion der Sparen ich bin das war ich die Wettbewerke die bloß weg es wird mehrmals getötet Geh bloß weg! Ich mach nichts. Nichts mach ich auch nichts. Ich bin echt in Ruhe, aber... Geh weg! Meine Devise vertraue niemandem. Ja, das ist auch so. Und ich geh nicht aus dem großen Raum weg. Die sind, nach welchem wichtig aus den Hinterhalt gekündigt? Also, ich lebe noch. Jetzt nicht mehr. Und danke! Das war mal die Video. Für euch hat das gefallen. Ciao! Mit vielen vielen Zwischenfällen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao! Möchtest du jetzt zum dritten Mal tschüss sagen? Ohne meine Abmoderation. Halte Quatsch.